Also bevor wir uns auf den Weg machen, müssen Mikey und Yunus und vor allem auch wir stärker werden. Wir müssen trainieren, glaubt mir, das ist kein einfacher Gegner. Ich hatte schon noch was mit denen. Ja, sehe ich auch so, sonst schaffen wir das gegen den nicht, Alter. Ich und Derek übernehmen Mikey, wir gehen auf einen anderen Planeten und trainieren dort. Richie, du übernimmst Yunus und bringst ihn am besten auf deinem Level, das reicht schon. Alles klar kriege ich hin. Yunus, wir müssen hart trainieren. So und in sechs Monaten treffen wir uns dann genau wieder hier und dann kann es losgehen. Ich hole mal mein Raum im Schiff und dann können wir direkt losfliegen, wir dürfen keine Zeit verlieren. Ist jeder einverstanden? Ja, klingt nach einem guten Plan. Easy. Ja, safe. Yes, sir. Äh, was jetzt mit mir? Juan, du kommst mit uns mit, damit dir nichts passiert. Ah, da ist es schon, komm, Jungs. Wow, das ging schnell. Ey, Yunus, komm mal her. Ich will, dass du stärker bist als Richie, ja? Mach den fertig, den alt. So, Jungs, komm. Derek, was hast du gesagt? Gar nichts, hau rein. Hey, der ist ja chaot, ne? Aber ich werde ihn vermissen, irgendwie. Äh, auch wenn wir uns noch nicht so gut kennen, Digga, macht's gut, ne? Ey, Yunus, hau rein, Bruder, wir sehen uns. Lass uns Maschinen werden. Dann brauchst du nicht sagen, Digga, ich werde dickste Maschine. Hm, mach's gut. Ja, ihr macht's gut, Digga, wir sehen uns. So, Yunus, komm, wir müssen jetzt anfangen zu trainieren. Was geht ab, meine Freunde? Das ist jetzt sozusagen der Timeskip. Ich mache jetzt ein bisschen Pause mit den Videos. Ich werde mir eine Kamera und ein Greenscreen holen. Und dann werde ich versuchen, das ganze Ding ein bisschen professioneller zu machen, ja? Bis dahin ist Timeskip, die sind am Trainieren, lass die, ne? Ich gebe mein Bestes, ich muss mich aber noch ein bisschen da reinfuchsen. Deswegen gebt mir ein bisschen Zeit, ja? Wenn ihr nix verpassen wollt, dann folgt mir. Wer Plus weg macht, kriegt Kuss. Bis zum nächsten Mal.